Ich muss jetzt nach Hause Erkannten wir unsere Köpfe als letztes Glas nehmen Sie ansitzen an unsere offenen Kehlen Erkannten wir das Ich bliebe noch lange Wie würden wir lachen, wenn einer sich gleich dran verschluckt Und dabei ging uns selbst die Hälfte verschütt Was wär das für ne Nacht? Ach könnten wir sagen Hier, nimm mal von mir einen Schluck Und schau nicht, als hätt ich dir hineingespuckt Würde ich selbst sowas tun? Na gut, vielleicht schon Ja doch, und was flüsterten unsere Lippen ins Ohr, unser Kehlen? Wer könnte so flüssig, so schweigend erzählen? Was wär das für ein Durst? Was wär'n, dass wir getränken? Und wir müssten nicht faseln davon, wie uns das denn so schmeckt Denn es gäbe nur ein Brennen und schon Respekt Und dann rauscht oder rauscht In unser Armen und Beinen Und dann rauscht 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 Augenlicht, das wir spüren, doch nicht sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020